So, wir sind hier auf dem Typo-3-Camp in Essen im November 2019. Das ist das siebte Typo-3-Camp inzwischen und wir haben ungefähr 240 Gäste, die wir hier erwarten. In wenigen Minuten wird die Eröffnungsveranstaltung sein, wo das Barcamp erklärt wird und vor allem, was das Wichtigste ist, die einzelnen Veranstaltungen vorgestellt werden und dann zusammengestellt werden. Und dann werden wir bis morgen hoffentlich eine interessante Veranstaltung haben. Und zwischendurch werde ich versuchen, die verschiedensten Teilnehmer zu interviewen. Einige kennt ihr davon schon. Und ich sage mal, wir gehen jetzt einfach rein. So, am frühen Morgen hier zwischen Frühstück und der Eröffnungsveranstaltung steht schon bei mir der Volker Chemeter und der ist wahrscheinlich der Gast mit der weitesten Anreise. Der Volker kommt aus Wien, von der Firma? Ja, ich bin von der Firma Sub7 aus Wien. Ja, ich habe ca. 1000 Kilometer als Anreise tatsächlich hinter mir. Und es ist für dich interessant genug, hier hinzukommen, um auch natürlich Leute zu treffen. Wie ist denn die österreichische Typo-3-Szene aufgestellt? Also in Österreich ist die Typo-3-Szene natürlich aufgrund der Einwohnerzahlen nicht so gut aufgestellt wie in Deutschland. Allerdings, wir veranstalten auch das Camp in Österreich als internationales Camp. Wie heißt deine Firma? Sub7. Wir sind in Wien ansässig direkt. Wenn wir das Camp machen, haben wir allerdings auch immer eine sehr große Besucheranzahl aus Deutschland. Das heißt also, ja, es ist schon eine gute Community. Wir haben auch sehr viele Leute, die aktiv am Chor contributen. Sehr bekannte Leute in Österreich auch. Aber der Großteil kommt natürlich aus Deutschland. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dann gerne hier bin. Das Camp ist aber trotzdem englischsprachig, weil ihr wahrscheinlich auch viele Gäste aus Italien, Ungarn und anderen nicht deutschsprachigen Ländern habt. Das ist richtig, genau. Dadurch, dass wir auch das Tor zum Osten sind, haben wir natürlich viele Besucher aus den umliegenden Regionen. Und deswegen ist unser Camp international und englischsprachig. Okay, vielen Dank, Volker Kemeter aus Wien. Das war's. Das war's.